So, und schon geht's los. Wir schauen uns heute den Xent von Stuttart an. Ich möchte euch zeigen, wie ich den Xent komplett zerlege, die Airflow-Ringe ausbaue, die Top-Cap zerlege, umbauen auf die kurze Version, den PSU-Tank werden wir montieren. Die Werkzeuge, die mitgeliefert sind, kommen zum Einsatz. Auch das von der neueren Version, das neue Sperrwerkzeug werden wir heute verwenden. Und ja, ich hoffe, es informiert euch ein bisschen und hilft euch bei eurem Tun. Also wir haben den ja alle in so einer schönen Verpackung geschickt bekommen. Zuerst schrauben wir den auf einen Akkuträger und ziehen ihn von der Wickelbasis runter. So, die Wickelbasis dürfte euch ja bekannt vorkommen. Das gleiche Befestigungssystem wie im Bugatti auch. Mit dem Unterschied, dass hier noch eine Airflow mit dabei ist. Zwischen den Polen kommen die verschiedenen Sticks zum Einsatz. Einmal dieser hier für MTL mit einem kleinen Loch. Ähnlich der für DL mit einem etwas größeren Loch. Und für Mesh komplett ohne Öffnung. Das wird ja da nicht benötigt. Bei Mesh wird auch die untere Airflow vom Xent nicht verwendet. So, dann bauen wir zuerst den Xent auseinander. Wir stellen die obere Airflow aufs größte Loch. Und jetzt kommt dieses neue Sperrtool zum Einsatz. Etwas klein, aber durchaus sinnvoll. Da steht jetzt auch Xent drauf. Und auf der Rückseite seht ihr diese drei Nibbel. Die passen genau in diese Airflow Löcher, in die neuen Airflow Löcher rein. Wir setzen es einfach auf die Airflow drauf. Drücken es mit dem Daumen fest. Und können jetzt den Verdampfer auseinanderschrauben. So, das Glas gleich zur Seite stellen. Und wir beginnen mit dem Zerlegen der Top Cap. Ihr seht, eine kleine Imbusschraube. 1,5 mm. Die drehen wir komplett raus. Achtet drauf, dass sie euch nicht verloren geht. Und jetzt schrauben wir den wieder auf, damit wir den Bajonettverschluss lösen können. So, das hat Klack gemacht. Eigentlich geht er jetzt auseinander. Okay, da ist er schon. So, und dann schauen wir uns dieses Unterteil von der Top Cap an. Da seht ihr hier zwei kleine O-Ringe, glitzeklein. Einen etwas größeren in der Mitte und einen ganz großen außen herum. Diese vier O-Ringe dichten euch den Tank von oben komplett ab. Sollte eure Liquidöffnung schwergängig sein, kann es Abhilfe schaffen, wenn ihr aus eurem Zubehörpaket diese Gummis entweder alle auf einmal oder nach und nach, die zwei kleinen, den mittleren oder den äußeren Ring wechselt, weil in der Produktion es wohl so ist, dass die Toleranzen bis zu 20% sein können. Also entweder sind die Gummis zu dünn oder zu dick, dann läuft die Airflow, die Liquidbefüllung zu leicht oder zu schwer. Probiert es aus, wenn ihr Probleme damit habt. Tauscht die Gummis. Sollte das keine Abhilfe schaffen, kontaktiert den lieben Kali, der wird da bestimmt eine Lösung finden. Okay. Wenn wir das jetzt wieder zusammensetzen, achten wir bitte darauf, dass diese Ausfräsung über dieser Gewindebohrung sitzt. Weil in dieser Ausfräsung hinein ragt nachher diese kleine Imbusschraube. Die sorgt dafür, dass ihr beim Öffnen und beim Schließen eine Arretierung habt. Ihr braucht also nicht mühsam euer Loch suchen, sondern Drehung nach rechts, tankisch geöffnet, Drehung nach links, tankisch geschlossen. Okay, wir bauen es wieder zusammen. Jetzt müssen wir nur, jetzt habe ich es selber gerade nicht aufgepasst. Okay. Einmal um die Uhr, so. Und jetzt müssen wir diesen Punkt suchen. Genau. Vom Unterteil der Top Cap gibt es eine Markierung. Hier. Die muss genau zwischen den beiden Markierungen vom Oberteil der Top Cap sein. Dann ist gewährleistet, dass ihr genau den Punkt erreicht habt, in dem die Imbusschraube eingreifen kann. Jetzt müssen wir es nur wieder abschrauben, ohne dass sich das verstellt. Beherzen zugreifen, wieder arretieren. So, Imbusschraube rein. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es passt. Es hat sich ein bisschen verstellt. Ja, so passt das. Genau. Okay, dann wird die Top Cap wieder zusammengebaut. Stellen wir sie zur Seite und schauen uns jetzt das Unterteil an. Wir bauen jetzt diese Tanksektion, diese Verdampferkammer, auseinander. Die besteht aus vier Teilen. Zuerst nehmen wir die Kaminverlängerung mit dem Werkzeug ab. Ihr seht, die geht richtig, richtig schwer. Auch da können wir dieses Tool wieder verwenden. So, und jetzt diese beiden Teile auseinander. Die Kaminverlängerung mit dem Werkzeug ab. Die Kaminverlängerung mit dem Ring vom Oberteil ziehe ich einfach nach unten heraus. Ich setze es einfach hier oben aufs Triptipp und schiebe den Ring nach unten. Dann ist der abgezogen. Beim Unterteil ist es jetzt ein bisschen blöd, weil man keinen Griff hat. Gehe ich auch hin, schiebe das so rum. Dann drückt der Einfachheit halber das einfach aufs Oberteil und macht dann die gleiche Bewegung nochmal. So, dann ist das auseinander. Hier sieht man wunderbar die neuen Löcher. Also das sind jetzt vier Einzellöcher. Vorher war das ein Langloch. Hier sind jetzt keine Pfeifgeräusche mehr aufgefallen. In dem Tankelement, im Unterteil des Tankelements, seht ihr hier auch schon den MTL-Dichtstring. Den habe ich schon eingelegt. Und wir werden jetzt eine MTL-Wicklung im Anschluss drauf bauen. Jetzt durch den Dichtstring nur das mittlere Loch von den drei Liquidförderlöchern genutzt. Dazu kommen wir aber später. Wir bauen den Cent jetzt zusammen, indem wir einen PSU-Tank verwenden. Dazu nehmen wir die Verlängerung. Schieben den oberen Airflow-Ring wieder auf seine Position. Und den unteren Airflow-Ring ebenso. Schrauben das zusammen. Feingewinde. Perfekt. So, jetzt der PSU-Tank hat den Vorteil, ihr habt mehr Fassungsvermögen. Das Fassungsvermögen vom Tank liegt jetzt bei etwas mehr als sieben Milliliter. Der Dennis mag mich gern korrigieren, aber ich glaube, das waren sieben Milliliter. Zum festen Zusammenschrauben nehmen wir wieder das Sperrtool und ziehen das jetzt richtig fest. Beim PSU-Tank ist auch hier kein Absatz. Es ist alles ganz eben. Also ich finde es mit PSU-Tank sogar sehr schön. Was natürlich jetzt nicht mehr verwendet werden kann, sind Tank-Covers. Also PSU, ja, ich finde es schön. Aber wir wollen ja weiterschauen, was sonst noch für Möglichkeiten sind. Also fest zugezogen, wieder auseinanderbauen. Den mitgelieferten Glastank setzt ihr wie gewohnt auf. Und Tank-Cover können auch verwendet werden. Bei manchen Tank-Cover ist es nicht egal, wie rum ihr das dreht. Schaut euch genau die beiden Gesichter an, die sich gerade anschauen. Vielen ist es noch gar nicht aufgefallen, dass es sich da um zwei Gesichter handelt. Bei manchen Tanks werden die so rummontiert, wenn es keinem auffällt, ist es auch nicht schlimm. Man weiß ja nicht, was es sein soll. Ich weiß, dass es zwei Gesichter sind. Ich weiß auch, wo das Vorbild steht. Ich sage es aber jetzt nicht. Ihr dürft es raten, vielleicht kennt es der ein oder andere. Ich bin selber noch nie da gewesen. So, einfach über das Glas drüber schieben. Das kann man auch im Vorfeld schon machen. So. Auch eine ganz tolle Sache. Der Epic mit diesen Tank-Covern macht eine richtig gute Figur. Er sieht total nobel aus. Was meint ihr? Hat was, oder? Man kann den Liquidstand trotzdem noch sehr, sehr gut erkennen. Okay, aber das ist noch nicht der letzte Schritt. Wir haben noch mehr Möglichkeiten. Wir bauen jetzt den Xent um auf die kurze Version. Das soll so rumfunktioniert. Jawohl. Dazu brauchen wir die Verlängerung nicht. Einfach aufsetzen. So mag ich ihn am liebsten, wenn ich MTL-Wickle und dampfe, weil da MTL nicht so ein hoher Liquidverbrauch ist, langt mir so ein kleiner Tank. Und ja, fast über den Tag. Ich finde es schön. Ich finde es sexy. Das lassen wir jetzt mal so. Wir ziehen es noch richtig fest an. Und dann bereiten wir uns vor auf die Wicklung. Zerlegen, zusammenbauen, umbauen. Habe ich euch jetzt gezeigt. Ich denke, ich habe alles erwähnt, was wichtig war. Sollten Fragen sein, stellt sie gerne in der Gruppe. Es ist fast immer jemand online, der jemanden kennt, der man mit jemandem telefoniert hat, der jemanden im Bus neben sich sitzen hatte, der Ahnung hatte. Überlegt euch die Fragen und stellt sie. Ciao, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.